Hey Leute und willkommen zu einer neuen Folge von Diablo Immortal und ja, wir machen direkt weiter, ne? Ich will nicht so viel rumlabern, ja, ja. Jetzt kriegen wir halt diese ganzen Basics und so beigebracht, ne? Standard-Kram. Äh, Rüstung hab ich vorhin schon, glaub ich, so schrottet gehabt. Das brauchen wir jetzt nicht machen. Ey, ich vergesse mal mit VR-SD zu laufen. Ich bin es ein bisschen gewöhnt. Warte, was wollen die uns hier wieder andrehen? Doch, ich krieg sie. Ich krieg die Rüstung. Oh, ja. Warte mal. Ah, okay, ich wollte schon sagen, hä? Ich sehe doch noch immer gleich aus. Hat er die automatisch an? Schauen wir uns mal an. Ja, 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 doch. Ich muss schon sagen, das sieht schon ganz nett aus, würde ich sagen. Hat auf jeden Fall mehr Stil. Ja, komm. Das nerven die uns. Hat auf jeden Fall mehr Stil als vorher. Vorher sagen wir, warte, wir können es das hier mal so angucken. Ja, okay, das sieht schon. Ja, komm, entfernen. Ich weiß. Und wieder dran geht auch, wissen wir. Hier, der sieht schon am besten aus, würde ich sagen. Da haben die gegönnt. Da hat Blizzard gegönnt. Okay. Dann geht's weiter. Und schon Level 11, das geht so schnell. Und wir machen auch, wenn wir halt diese Dungeons und so haben, dann machen wir es direkt mit einer Gruppe. Ich weiß nicht, das geht auch alleine, aber ich finde es irgendwie ein bisschen cooler. Ich weiß nicht, mögt ihr es mehr in der Gruppe oder alleine, solo. Hat das überhaupt Vorteile, wenn man das in der Gruppe macht? Ich glaube nicht, ne? Ich meine, das Leben uns so skaliert ja so oder so. Aber ich weiß es nicht. Ich bleib mich eins besser und... Bitte, nein! Nicht mich verhörten! Ja. Ich habe schon direkt was bekommen. Ja. Ich sag's ja, man wird zugeballert. Man wird einfach zugeballert. Am Anfang ist es purer Luxus. Wenn wir natürlich irgendwann eine bessere Rüstung haben, dann stellen wir dieses... Oh, jetzt... Ja, 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 okay. Ich will die aber verfolgen. Kann man das Tutorial nicht irgendwie aufstellen oder so? Wir haben nichts von Value. Wir haben noch immer geholfen. Ja. Ja. Wird's bald, Kollege. Wird's bald. Äh, irgendwas wollte ich sagen. Auf jeden Fall Tutorial. Das ist ein bisschen nervig. Ich schaue nach der Folge mal, ob man das irgendwie ausschüllen kann. Aber der Kreuzritter, doch, der gefällt mir schon. Das muss ich schon sagen. Der hat was. Der hat was. Aber erst seitdem diese Tartakoff Nummer 4. Mal gucken, was es noch so mit der Zeit kommt. Ich meine, schaut euch das mal an. Das war saftig. So, hier schön einmal rein. Nein! Ich bin zu spät. Wenigstens kriege ich schon ein bisschen Kram. Ah! Es gibt ordentlich Erfahrung. Wir sehen, guck mal jetzt unten. Ein so eine Kugel gibt schon echt saftig. Und vor allem auch ein bisschen Kram. Krims Krams. Ja, wir werden angegriffen. Einen Moment. Relaxed, Leute. Nee. Ich will erst mal so... Habt ihr das... Habt ihr das gesehen? Ach, da war ich gerade wieder. Egal. Egal, egal, egal. Wir machen weiter. Ja, ja. Das überspringen wir. Oh! Arthos ist da. Ich weiß, dass es nicht Arthos ist, Leute. Ich weiß es. Chill. Chillaxed. Steinig mich bitte nicht. Danke für dein Ziel. Kein Problem, Bro. Wir kennen uns doch schon. Ewigkeiten. Wir kennen uns schon seit der letzten Folge. Ich bitte dich, Bro. Dass schon eine wahre Bromance entstanden. Vielleicht laufen wir den ja wieder über den Weg, diesen lilanen Totenköpfen. Ich weiß nicht, wie man die nennt. Ja, der haut mittlerweile schon echt nice rein. Wir rüsten später aus, auch wenn das vielleicht schon ein bisschen besser ist, aber ich habe keinen Bock, jede zweite Sekunde ins Inventar zu gehen. Habt ihr was gesehen, ey? Das war crazy, war das? Komm, da rennen wir jetzt einfach lang. Ich habe keinen Bock auf Trash gerade. Später können wir eh in die Portale gehen, dann sammeln wir ordentlich Erfahrungspunkte. Okay, kommt her. Wo ist die Kiste? Achso, nee. Okay, das ist keine Lootkiste. Ja, komm. Langsam reicht's auch, oder? Aber ich habe das Gefühl, mit dem Turmbeschwörer, da habe ich die schneller umgehauen. Deutlich schneller. Ich kann mich auch irren, Leute. Ich glaube, der ist aber mächtiger. Ja, komm, erstmal. Klein machen hier, danke, Bro. Du bist ein wahrer Bro. Du bist ja immer am Start. Du machst mir immer meine Rüstung geschmeidig. So, habe ich mal wieder was Nettes bekommen, ja. Mit einem Sockel, okay. Aber den ersten Sockel kriegen wir denn hier schon? Ich meine nicht. Wir fordern jetzt erstmal wieder Kram hier ein. So, nochmal Fähigkeiten. Wann kriege ich denn die nächste? Ab 15, okay. Vier Teilen. Oh, hört schon mal gut an. Kann ich... Okay. Ich kann auch keinen Edelstein erstellen. Das wollen die uns wieder beibringen. Die wollen uns wieder eines Besseren belehren, Leute. Aber alle 15 erreichen wir auch so schnell. Ui. Äh. Ernsthaft? Spielt ihr so mit meinem Gefühl? Die spielen einfach mit meinen Gefühlen. Schreiben die denn da im Chat hast du Mikespace? Komm her, Bro. Oh, rein da. Ah, der spaziert da einfach so. Okay. Ich bin doch kein Fremder. Wir sind mittlerweile Bros. Ja, komm. Wir sind Bros. Wir sind Bros. So. Und weiter geht's. Ich kann im Highspeed-Modus zuhören. So. Neues Ereignis. Aha. Beseitigung der Fäulnis. Wo ist das denn? Vielleicht mache ich das ja. Oder auch nicht. Komm. Wir machen die Hauptmission weiter. Wir machen jetzt keine Zwischen-Stops. Das kann alles noch kommen. Ah. Ah. Und eine schöne Keule. Und eine schöne Keule. bei uns natürlich auch, Leute. Und dann können wir weitermachen. Ordentlich Punkte gesammelt. Und dann können wir weitermachen. Ich glaube, bald gehst du doch in den ersten Dungeon, oder? Soweit ich mich erinnern kann. So, komm mal, alle ran hier. Chilic. Ich hab noch ein Chilic. Komm, wir gehen mal hier hin. Wir sind nur an Maschinen, oder? Hä? Was ist denn los mit dem? Was ist los mit dem Bro? So, komm wir gönnen uns. So, wir ballern gerade richtig rein. Ah, geh mal weg mit deinem Strahl hier. Ach, okay. Ich dachte, ich telpete mich rein. Ah, okay, ich muss als Nahkämpfer schon ein bisschen aufpassen. Doch, der hat das... Hä? War das ein Grund, warum sich manche teleportiert und manchmal nicht? Mach ich irgendwas falsch, Leute? Okay, ich hab ein bisschen wenig aufgepasst. Sie müssen hurryn. Stronger und stronger, wenn du mir möchtest. Ah, Kiste. Fast übersehen. Dann geh mal an den Kram hier einmal her. Das nimmt Papa doch gerne mit. Oh, tschüss. So. Und einmal... Okay, nichts mehr ausrüsten. Und wieder... Was zum Sammeln. Und noch was zum Sammeln. So. Kreuz, Ritter, Ray. Wisst ihr Bescheid. Und, äh... Auf dem Handy heiße ich einfach Ray. Ich glaube, ich bin Stufe 32 oder 33. Ich bin mir gerade ein bisschen unsicher. Aber auf dem Handy, das lasse ich getrennt. Also die Accounts. Wie gesagt, hier wird es nochmal ein Stream-Character geben. Aber den werde ich heute spielen. Ab morgen, würde ich sagen. Ich denke, morgen ist gut. Aber heute habe ich nicht so die Zeit. Lieber ein paar Let's Plays rausballern. Ups. Ja, ja, Bro. Komm. Weiter geht's. Ich will ein bisschen Action, will ich. Still we help him. So, und weiter geht's. Okay. Okay. So. Geh auch mal, jetzt sind wir da. Aber am Computer ist geil, weil du einfach schnell mit M auf Karte gehen kannst und so. Ah. Danke. Okay. das ok vielleicht auch mal mario ausprobieren aber erstmal den ihr auf let's play max level max 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 level bringen nichts gegen alle max hier draußen und live natürlich die leiter flink ich zuerst das level erreichen nein warum will ich die ganze zeit wie so ein move klicken so nix zum sammeln ok nix zum sammeln und mein schild ist rang vier hatte irgendwas neues vier teilen ok reitet fünf sekunden lang in ein himmliches streit ross entfernt alle bewegungseffekte erhöht die möglichkeit ok ich weiß nicht ob ich dieses ross wie macht das jetzt 239 wird testen das einfach mal wir testen das mal oi gut zum reisen oh no das war ein fehler das war ein ja das war ein ne 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 Es ist fertig. Die Brieche ist örtlich. Du kannst es nicht stoppen. Ich würde sagen, so zum Reiten, also, ja zum Laufen ist es ganz cool, aber ich glaube, ich bin eher ein Fan von dem Schild. Wäre ich so sein. Hätte ich nicht gedacht, dass ich das mal sage. So, das machen wir jetzt noch. Und dann geht es rein, würde ich sagen. Oder? So. Machen wir aber mit einer Gruppe einfach mal. Hapog auf eine Gruppe. Gibt ein besseres Feeling. Kampfkoloss, okay. Lassen wir noch einen kommen, oder? Guck mal. Okay. Mit einem 30 und 33. Hätte ich doch ohne gemacht. Guck mal. Er nimmt nicht an. Das sind immer so, oh, Leute. Immer so Genies. Ich verstehe das auch nicht bei Lich of Lich, sondern generell auch irgendwelche andere Spiele. Die Leute, die melden sich für was an, sind dann aber weg. Sind AFK. Oh, ernsthaft? Wenn das jetzt scheitert, dann gehe ich solo rein. Oder such schnell eine neue Gruppe. Ist hier was? Such eine neue. Sind die schon drin, oder warum sind die so? Grau. Komm jetzt, macht keine Faxen, Leute. Ernsthaft? Komm mal her. Ist das bei euch auch auf der... Ein letzter Versuch. Ein allerletzter Versuch, Leute. Ein neuer Alli. Über Zeit. Na, wer sagt's denn? Das gibt es doch nicht, Leute. Das gibt es doch nicht. Da schauen wir uns das nicht an. Wir wollen direkt den Dungeon auseinandernehmen. Ich bin irgendwo in diesem haunteten Räumen. Es ist Zeit, seine wütenden Seele zurück zu Räumen. Ich werde noch nicht mehr schaden. Ich werde noch nicht mehr schaden. Ich werde noch nicht mehr schaden. Auf Intrusion. Ich werde mit diesem. So, wer gönnen direkt? Ich weiß, hätten wir beim anderen Boss machen sollen, aber... Boah, bei mir ist das echt misload gerade. Ich hätte echt mal den Sound testen sollen. Ich hoffe, ich habe auch nicht zu laut gerade geredet, weil der Sound war echt mega laut. Ich mache mal Kopfhörer auf halb diese. Ja, ich will das Portal doch nutzen. Ich brauche nämlich Flaxen gerade. Hey Leute, willkommen zu einer neuen Folge von Diablo Immortal. Ich hoffe, ich hoffe, dass wir jetzt Solo im Dungeon hier endlich durchkommen. Das war ja verpackt. Ich habe jetzt nochmal neu gestartet. Ja, wenn das nicht geht, na? Dann kann ich den einfach nicht weiterspielen. Dann muss ich mir einen neuen anfangen. Vielleicht kann ich warten, bis Bugfixes kommen oder so. Was ist denn das? Nein, 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 nein. Das lassen wir. Ich bleibe jetzt Solo und das Ganze versuchen, Solo zu machen. Auch wenn ich mehr Bock auf eine Gruppe geampft hätte. Vor allem bei so Bossen und so. Aber was soll man machen, Leute? Vielleicht habe ich jetzt auch komplett Fähig und das geht wieder nicht. So, ich sammle jetzt den ganzen Kram hier ein. Es geht nicht. Leute, es geht einfach nicht. Seht ihr das? Die Hand verschwindet kurz darauf. Oh, geschafft. Boah, durch Zufall. Durch Zufall, Leute. Wirklich, das war einfach Zufall. Alter. Das war misst. Ich dachte schon, ich muss einen neuen erstellen. Dann sind wir jetzt halt Solo hier drin. Ist leider so. Ich muss das halt ein bisschen kratten. So, gleich kommt der nett hier unten. Unser Bro's Teak. So, schön Kram noch sammeln. Ja, ja, Bro. Gleich, gleich, Bro. Freu dich schon mal. Du kannst dich schon mal freuen. Ja, komm mit. Der hat schon richtig Bock auf mich, ne? Der hat richtig Bock auf mich. Warte, ich muss einmal kurz da. Okay. Let's go. Mal gucken, wie wir den alleine so gewältigen. So, mach mir mal direkt aus, was da hier eigentlich. Nicht so glaube. Nicht so broke. Ja, haben wir doch eigentlich easy hinbekommen. Einfach als Erster sogar, um ehrlich zu sein. Ey, jetzt können wir uns nicht raus teleportieren. Wow, Leute, ich habe fünf Minuten gebraucht, bis es endlich funktioniert hat. Ey, das ist verrückt. Das ist echt verrückt, Leute. Ich weiß nicht, ist das bei euch auch so? Am Handy hatte ich das Problem gar nicht. Aber hier? Erster Portal war Problem, zweiter, das war Krampf. Super Krampf war das. Ich weiß nicht, wo das Problem lacht. Ich hoffe, davon werden wir zu viel verschont. So, beim Anfang nichts, gar nichts gewesen. Auf einmal hier, dickste Probleme. Naja, was soll man machen, ne? Was soll man machen? So, dann gucken wir, dass wir hier nochmal schnell irgendwie durchkommen. Oh ja, das hat jetzt so viel Zeit gefressen, Leute. Also ehrlich, das ist echt, ehrlich. Ach komm, jetzt hört doch auf. So, komm, ich will jetzt ein wenig schnell durch. Ich bin fertig mit der Welt. Jetzt könnt ihr jetzt an meinen Zaun spüren. Ihr habt es nicht anders verdient? Ihr habt mich ja sauer gemacht. So, ich hoffe, das kriegen wir gut hin. Aber ich denke mal schon. Ich denke schon. Bro, mach hier keine Szene. Mach mir hier keine Szene. Ups. Jo, jetzt komm ich da nicht dran, oder was? Ja, komm. Lass mich mal ein bisschen, lass mir ein bisschen freiraum. Das geht mir noch ein bisschen zu schnell. Oh, das war doch mal was, oder? Also diese Portale waren härter als der Kampf. Ja, jetzt komm ich nicht raus, ne? Tatsache, ich komm ehrlich nicht raus. Seht ihr das? Seht ihr das? Okay, weiter unten, dann funktioniert es anscheinend. Kampf, Leute, richtiger Kampf und Krampf.